Geht's schon? Ja. Also, der Manuel Hafner, der hat so viel Erfolg jetzt mit seinem Tor. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen neidig, weil er kann natürlich irrsinnig viel und es gefällt so vielen Menschen auf Facebook so gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige jetzt auch her, was ich kann. Warum hast du so viel gefaunt eigentlich auch? Ja, das ist deswegen. Ich bin ja nicht so bekannt und das gefällt mir. Deswegen habe ich die Heizung hier in der Pension. Und kann ich mir leider nicht leisten, aufzudrehen und das ist noch ein bisschen frisch. Also, ich wollte sagen, ich zeige jetzt, was ich kann. Und zwar, das ist das C. Man sieht nichts. Du musst das fast cellen. Ja, das C. Also, da oben ist das C. Das zeige ich euch jetzt am Cello auch. C. Es ist nicht dieses, auch nicht dieses, auch nicht dieses. Sondern dieses. Und damit auch die unmusikalischen Menschen irgendwas davon haben, man darf zum leichter merken, ist das C. So, morgen werde ich wieder so einen Kurs machen. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit so beliebt werde auf Facebook wie der Manuel Hafner. Danke, Freunde. Tut's liken, subscriben, die Glocke. Achso, das ist ja YouTube. Okay, passt schon. Danke. Also, gestern mein Video, das war ein durchschlagender Erfolg. Deswegen habe ich gedacht, ich mache heute einen neuen Ton. Also, nur zur Wiederholung. Gestern war das C. Und heute ist der nächste Ton. Alle bereit? Warum hast du eigentlich heute gar keine Koppen auf? Na, nach dem Erfolg von gestern, jetzt habe ich mich schon ein bisschen auf Stufe 1 drehen können. Auch Frostschutz. Ja, genau. Okay, also heute ist das G dran. Das G. Also, da oben. Das ist zuerst durchgestrichen. Naja, ich meine, ein neues Plan habe ich mir jetzt nicht leistet, Köhlen. Okay, also sehr erfolgreich gewesen, Köhlen. Okay, das war das G, warte mal, ich muss schauen. Okay, das G. Das ist dieses G. Ist nicht dieses. Auch nicht dieses. Auch nicht dieses. Sondern das G. Und für die nicht musikalischen Menschen habe ich noch eine kleine Merkhilfe. Das G. Wie gehen. So. Gehen. Gehen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja Stumpfen, ja. Danke, bis zum nächsten Mal.